So, herzlich willkommen zu meiner Wenigkeit den Cappella und zu einer weiteren Folge zu meinen Tutorials oder zu meinen Guides. Herzlich willkommen! Heute wird's, wie ihr auch schon wieder gesehen habt, um Quests gehen. Tja, wofür brauchen wir denn eigentlich Quests? Quests im World of Warcraft, äh ja, World of Warcraft ist klar, dafür werden sie gebraucht, um zu leveln, im weitesten Sinne bei Warcraft 3 sogar auch. Also, es gibt die Möglichkeit natürlich, dass wir eine RPG-Karte haben und dort brauchen wir natürlich die Quests, genauso ähnlich wie in den World of Warcraft beispielsweise. Aber natürlich kann man auch Quests ganz anders nutzen. Ähm, beispielsweise kann man, ähm, die Quests auch dafür nutzen, um zum Beispiel Kampagneninhalte einfach zu erklären, wo deine Hauptziele sind, wo deine Nebenaufgaben sein können, so wie wir es ja auch von Warcraft 3 generell kennen. Ähm, des Weiteren werden Quests auch gerne noch im Multiplayer-Bereich benutzt, um beispielsweise Tipps zu geben, dann sind diese Quests eher ein Tippnachschlagewerk oder ein Hilfsnachschlagewerk für Tastenkombinationen, Chatbefehle oder sonstiges. Aber das könnte man auch teilweise alles als Chatbefehle konzipuieren, aber, ähm, das ist ein anderes Thema. Aber Quests sind natürlich für uns alle irgendwo bekannt und ich habe hier diese Karte erschaffen, um ein, ja, um so gesehen ein gewisses Szenario zu haben. Und das Schöne ist, diese Karte vor Wort wird mehrmals benutzt. Heute geht's um Quests, nur um die reinen Quests und vielleicht wird's in dem nächsten Video um noch andere Sachen gehen. Seid am besten einfach gespannt, was ich euch da zeige und fangen wir doch am besten mal an. So, wie erstellt man denn eine Quests? Wenn wir das Spiel einfach so erstellen und uns hier eine schöne Karte erstellt haben, so wie in diesem Falle, dann haben wir noch lange keine Quests. Quests müssen wir über den Auslöser erstellen, das ist sonst anders nicht möglich. Wir sehen hier, ich habe mehrere Ordner, äh, erstellt. Einmal einen Quest-Ordner, einen Murloc-Ordner und die Initiation mit den Variablen und der Installation. Das Wichtige ist, auch hier gehen wir erstmal nur auf die Installation, denn hier fängt der eigentliche Schritt auch an für die Quests. Was hier oben ist, könnt ihr alles ignorieren. Die Spezialeffekte, kommen wir gleich drauf zu, ist doch ein bisschen wichtig. Ähm, fangen wir doch einfach am besten bei Quests an. Ich habe eine Auslöser erstellt unter dem Reiter Quests, ähm, dass wir eine Quest erstellen, die nicht entdeckt wird. Also, wir reden hier von Required, Undiscovered bedeutet, es ist eine Hauptquest, die unentdeckt ist. Optional ist eine optionale Quest, die unentdeckt ist und halt ganz normal. Das heißt, wenn ich hier auf Required draufklicken würde, hätten wir die Quest schon von Anfang an. Aber das wollen wir ja nicht. In einer RPG-Karte beispielsweise willst du ja die Quest erst entdecken, durch NPCs, etc. Deswegen haben wir Required und Discovered gemacht, das heißt, wir sollen sie ja erst entdecken. Aber wir erstellen sie schon in der Map Initiation. Ähm, nur als Vorwort natürlich, ähm, habe ich schon in der letzten Karte erwähnt. Alles, was in der Map Initiation passiert, wird im Ladebalken gemacht. Sprich, alles, was ihr da schon macht, spart ihr euch im Spiel selbst. Das spart, ähm, Lacks, etc. Also, wir haben eine Quest erstellt. Der Quest-Titel habe ich jetzt beispielsweise die Murlocs genannt. Mit einer Beschreibung, die folgend lautet. Nördlich unseres Lagers wurde eine Gruppe von Murlocs gesichtet. Sie sind unserem Lager zu nah und müssen ausgeschaltet werden. Das ist die Aufgabe. Und dann können wir noch einen, 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 ja, ein Bild aussuchen. Wie soll, was für ein Bild soll denn da angezeigt werden? In dem Falle habe ich mir natürlich einen Murloc genommen. Hier kann man nämlich in der Liste richtig raussuchen. Beispielsweise Units, Items. Da kann man sich Bilder raussuchen, wie die am besten zur Quest passen. So, von da aus ist das ganz, ist das ganz angenehm. So, dann haben wir das erstellt. Und natürlich müssen wir, das müssen wir immer machen, müssen wir das dann als Variable speichern. Das heißt, nach dieser Erstellung wird eingestellt, setze eine Variable. Die soll heißen Murderquest. Wichtig ist hierbei, wenn ihr diese Variable erstellt, wir gucken mal, wo ist die Murloc Quest, da haben wir sie. Ihr müsst Variablen-Typ bitte auf Quest stellen, nicht Quest Requirement, da kommen wir gleich zu, sondern als Quest. Das heißt, wir speichern das als Quest ab. Das hat dann der Editor, beziehungsweise die Map gespeichert. Danach kommen wir natürlich zu dem, was wir benötigen. Ich habe vorher, muss ich offen und ehrlich zu euch zugeben, man kann das so machen, muss es aber nicht. Und zwar in dem folgenden Schritt. Man kann, Request Requirements, das sind ja die Anforderungen, also was heißt, was musst du tun, kannst du auch speichern als Variable. Das musst du rein theoretisch nicht. Du könntest es auch ganz strikt genommen auch hier in der Quest-Beschreibung mit einfach mit einfügen. Das könnte man machen. Aber in dem Falle habe ich es mal gemacht. Ich habe also auch hier wieder eine in der Quest-Kategorie Create a Quest Requirement erstellt. Man muss hier dann sogar auch die Quest aussuchen und deswegen brauchen wir es so oder so als Variable. Ansonsten scheint deine Quest nämlich nicht auf. Ihr müsst das als Variable speichern, ansonsten könnt ihr es nicht speichern, weil die Quest Requirement wird dann verknüpft mit der Quest natürlich. Und da kannst du dann reinschreiben, zum Beispiel in dem Falle wie bei mir, 0 von 4 Murdochjäger getötet. Das kann man jetzt auch anders schreiben, 4 Murdochjäger töten. Aber ich mag das immer, wenn man einen gewissen Fortschritt sieht. Deswegen schreibe ich immer schon mal 0 von 4. Dann weiß man, aha, man muss also 4 Murdochjäger töten. Das wiederum wird gespeichert als Variable. Aber diesmal nicht unter Quest, sondern unter Quest Requirement. Ich denke mal, das muss ich euch nicht wirklich zeigen. Das wird schon, nur wenn wir das Spiel haben, geladen. Jetzt kommt das Schöne. Wir haben jetzt natürlich genau das, was wir auch schon im letzten Video von mir hatten. Schneide ich euch gerne irgendwie als Info jetzt hier irgendwo in den Bildschirm rein. Und zwar geht es ja, wir wollen ja etwas auslösen. Das heißt, wir wollen ja mit irgendjemand sprechen. In dem Falle ist das dieser Hauptmann hier. Mit dem wollen wir quatschen. Und deswegen komme ich nochmal darauf zurück, weil ich gesagt habe, das ignorieren wir mal ganz kurz. Ich habe hier einen Spezialeffekt erstellt. Dieses Ausrufezeichen über den Kopf ist nicht automatisch da. Das müsst ihr wirklich selber erstellen. In dem Sinne ist es, dass wir einen Spezialeffekt, laut, einen Spezialeffekt erstellt. Overheads ist ganz wichtig. Das heißt halt über den Kopf. Dann sucht ihr euch wieder die Figur aus, die dieses Spezialeffekt-Icon haben soll. Könnt ihr wieder eine Einheit auswählen. In dem Falle ist es der Hauptmann hier im Hintergrund. Und ihr benutzt, das ist meistens immer als Standard ausgerichtet. Das heißt, I talk to me, wortwörtlich, rede mit mir, ist eine Quest. Das könnt ihr dann aussuchen. Dann macht ihr das. Und dann müsst ihr das natürlich auch wieder als Variable erstellen. Denn alle Effekte, die nicht als Variable gespeichert werden, bleiben immer da. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise, ihr erstellt jetzt diesen Spezialeffekt, setzt aber keine Variable. Und sagen wir mal, zehn Sekunden später habt ihr einen Auslöser, der wiederum einen Spezialeffekt auslöst. Und ihr speichert den auch nicht ab. Und ihr habt dann irgendwann mal den Auslöser nicht als Variable gespeichert. Bleibt euch ja nichts anderes übrig, als bei dem Auslöser einzustellen, den letzten Spezialeffekt zerstören. Ja, der letzte kann aber nicht unbedingt der sein, den ihr meint. Deswegen bitte immer alle, alle Effekte, alle Spezialeffekte immer als Variable speichern. Und bitte, ganz wichtig, es gibt verdammt viele Lacks, wenn man es nicht beachtet. Bitte zerstört alle Spezialeffekte, die ihr nicht mehr auf der Karte braucht. Zerstört sie. Wenn ihr das nicht tut, sind sie im Hintergrund immer noch geladen und ab einem gewissen Bereich... Entschuldigung. Ab einem gewissen Bereich fängt es einfach an zu längen. Das wollt ihr nicht. Deswegen speichert ihr das als Variable. In dem Sinne habe ich es Quest SE genannt, für Quest Spezialeffekt. So, das heißt also, wenn die Karte geladen wird, hat der Ihmchen hier immer eine Quest. Und wir haben auch schon erstellt, dass es so gesehen eine Quest gibt. Bloß, die wird uns nicht angezeigt. Die ist unentdeckt. So, jetzt wollen wir natürlich irgendwie mit ihm interagieren. Das heißt, wir sollen ja diese Quest kriegen. Wir sehen, er hat ein Ausrufezeichen, wir laufen da hin. Und da kommen wir natürlich zum letzten Bereich, ähm, wie wir schon gelernt haben, dass wir den Auslöser nutzen, der sagt, Mensch, da läuft jemand auf einen zu, in einer gewissen Nähe. Den kennen wir ja. Ich habe ich in dem Sinne Quest Start genannt. Units comes bis in 200, äh, 200 ist auch schön, äh, 200, ähm, in der Nähe von den Hauptmann. Hier habe ich ein bisschen enger gemacht, man soll wirklich auf die zulaufen. Auch hier habe ich wieder gesagt, die Triggering Unit muss wieder Arthas sein, dass man das fest setzt, dass mir ja nicht Hoppel, Hase XY noch vorbeikommt und einfach den Auslöser auslöst, weil sonst nimmt ein Hase eure Quest an, aber nicht ihr. Und natürlich muss auch wieder hier, der Hauptmann muss natürlich leben, ansonsten wird hier nichts ausgelöst. Selbstverständlich. Aber natürlich, wenn ihr natürlich Quests bauen wollt und für eine Kampagne oder für eine RPG-Karte sowas baut, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass diese Questgeber in der Regel nie sterben können. Deswegen habe ich ihn in der Inni auch noch, ähm, unbesiegbar gemacht. Das sehen wir hier bei Unzerstörber. Unit, Meg Hockmann, äh, unverwundbar. Mein Englisch und so. Und vor allem, wenn ich Kaffee getrunken habe, ich möchte mich jetzt schon mal dafür entschuldigen. Okay, also, wenn das alles wahr ist, er lebt und Arthas ist es in der Nähe von den Hauptmannen 200 im Range-Bereich, dann wird der Auslöser wie immer erstmal ausgestaltet. Wir wollen nicht Doppelquests haben, weil das würde nämlich passieren, wenn man da immer hin und her laufen würde. Deswegen wird dieser Auslöser generell immer schon mal, ähm, ausgelöscht, ähm, oder einfach nur beendet. Und die folgenden Auslöser werden ja, wie schon im letzten Video erklärt, immer ausgelöst. Also, keine Angst. Ihr müsst das auf jeden Fall am Anfang setzen, weil wenn ihr das weiter hinten macht, vor allem nach Wait-Sekunden, kann es wieder sein, dass ihr diesen Trigger nochmal auslöst. Immer am Anfang setzen. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Kniffligkeit. Hier haben wir nämlich einen Spezial-Effekt. Und zwar für diese Quest SE. Das heißt, wenn wir diese Quest annehmen, habe ich mir vorgestellt, soll dieses, ähm, Ausrufezeichen, was er hat, verschwinden. Dafür gibt es eine Animation, die nennt sich Death. Das Schöne ist, seit neuestem gab es einen großen Patch. Das heißt, wenn du Spezial-Effekte, ähm, ähm, wenn du die gespeichert hast, hast als Variable, kannst du die Animation hier wiederum aussuchen. Das konntest du vorher nicht. Du musstest einen Befehl eingeben. Und das war eine tricky Angelegenheit, das alles auszuwählen. Aber hier kann man es jetzt seit neuestem tun. Sprich, wir wollen die Animation Death haben. Death-Animation, die geht 0,8 Sekunden, glaube ich. Dann verschwindet das wirklich flüssig in einer schönen Animation, dieses, ähm, ähm, dieses Ausrufezeichen, so gesehen. Das verschwindet dann. So, ich habe am Anfang immer den Fehler gehabt, naja, gut, dann musst du ja bestimmten Weight-Auslöser einmachen, weil ich will ihn ja danach zerstören. Aber hier ein kleiner Tipp. Der Auslöser geht wirklich nach und nach. Es ist nicht so, dass er jetzt alles durchrattert. Durchrattert, das heißt also, dass er hier macht, da macht, da macht, da macht, sondern er geht das wirklich Schritt für Schritt. Wenn da steht, Spezial-Effekt, play a special effect, dann heißt das auch, dass der Auslöser diesen Auslöser hier unten, dass er den zerstören soll, gar nicht erst auslöst, erst wenn die Animation weg ist. Deswegen brauchen wir da keinen Wait-Timer. Da darf man nicht durcheinander kommen, deswegen erkläre ich euch. Das heißt, nach der Animation soll er zerstört werden. Wie schon gesagt, alle Spezial-Effekte müssen weg, ansonsten gibt es Mikrolex. Danach möchte ich, dass wir eine Quest, die wir ja gespeichert haben als Variable, auch wieder als Quest, äh, im Quest-Befehl, Mark, äh, Murder Quest as Discovered, sprich, wir sehen sie jetzt endlich. Dann kriegen wir noch eine Message, die würden wir sonst nicht bekommen. Spieler 1 kriegt eine Message, die heißt, neue Quest entdeckt. Danach kommt der Auslöser Clash, der Dialog-Button, das ist ganz oben links, da ist ja der Quest-Button als Reiter und der leuchtet auf. Das ist dieser Auslöser mehr, mehr ist es nicht. Danach werden zwei Sekunden gewartet und danach gibt es ein Minimap-Ping für den Spieler 1, der zeigt, wo ist denn diese Quest. Das, das muss man nicht machen, wohlbemerkt, das kann man machen, das ist benutzerfreundlich oder auch Faulheit, ich weiß es nicht. Ähm, könnt ihr theoretisch weglassen, diesen Ping, weil wenn ihr angenommen mehrere Quests in der Map habt und ihr habt dann 500 Pings auf der Minimap, ist das auch nicht so schön. Aber ich wollte es einfach mal versinnbildlichen, dass man hier beispielsweise einen Minimap-Ping erstellen kann, weil es die erste Quest ist und keine andere Quest irgendwie noch im Vordergrund ist. Und für fünf Sekunden wird angezeigt, wo der Spieler seine Quest zu erledigen hat. So, das heißt, ab diesem Punkt haben wir erstellt, dass wir eine Quest überhaupt erstmal annehmen können, dass wir sie einsehen können, dass wir visuell wissen, aha, Quest, okay, kann ich mir angucken. Und wohlbemerkt, ein Ping, wo muss ich das denn erledigen? Und jetzt kommen wir zur Schwierigkeit. Wir haben ja gesagt, wir sollen vier Murloc-Jäger zerstören. Wichtig ist hierbei, ähm, auf jeden Fall, nee, rein theoretisch, ich müsste ja noch nicht mal die Einheiten erstellen, um den Auslöser weiterzuschreiben, aber ich mache das in der Regel schon, dass ich so grob das Szenario weiß, was ich haben will. Und in dem Falle sind hier die Murloc-Hütten, hier haben wir vier Gezeitenjäger, hier ist einer, da ist einer, hier ist einer und da oben ist einer. Ja, sprich, die vier müssen wir mindestens töten, der Rest wird auf jeden Fall mitmachen, denn theoretisch könnte man das auch noch mit einfügen, dass wir die auch noch töten müssen. Aber ich habe es ein bisschen vereinfacht, um euch einfach mal kurz und knapp, so wie kurz und knapp halt geht, in diesem Format, ähm, zu zeigen, ähm, wie so ein Auslöser funktionieren kann. So, jetzt ist das Ding natürlich, ähm, ich muss da jetzt ein bisschen weiter ausholen, ähm, denn ich habe ein Integer benutzen. Ein Integer ist einfach nur eine Zahl, ein Integer ist eine Zahl, die kann von 0 bis, weiß ich was, gehen. Ich glaube, hier im Editor von World of Warcraft geht es nur bis 9999, bin mir da aber auch nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es eine Zahl, kein Buchstabe. Der wird gespeichert, das heißt, wir können also Zahlen speichern und dieses Programm, der Map Editor kann auch, ähm, ja, plus, minus, geteilt mal alles, das kann er selber auch, mit denen kann man arbeiten. Sprich, wir haben also hier den Vorteil, dass wir das zu Nutzen machen können für diesen Auslöser, den wir jetzt schreiben wollen, weil wir wollen ja wissen, wann habe ich denn was getötet, wie weit bin ich jetzt, und das will ich am besten auch noch sehen. Und wo ich jetzt nochmal mehr ausholen muss, ist folgendes. Angenommen, ihr baut eine riesengroße Map und angenommen, ihr baut eine Quest, die vielleicht ein bisschen noch globaler ist, also sprich, ihr habt mehrere Punkte, wo ihr diese Quest abschließen könnt. Könnte man ja beispielsweise bauen. Dann könnt ihr die Einheiten per se nicht für den Fortschritt ja nutzen, weil das würde ja bedeuten, also als Beispiel, ja, ich würde sagen, dieser Murloc, wenn du den als erstes tötest, dann wird angezeigt, ach, Mensch, ähm, hast 1 von 4 getötet. So, angenommen, hier wäre aber auch ein Murloc und du tötest den dann und ich würde dann schreiben, naja, okay, wenn du den tötest, dann hast du 2 von 4. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Angenommen, ich gehe aber nicht so lang, wie ich mir das vorstelle, sondern gehe gleich nach links, dann würde ich ja den Auslöser auslösen, 2 von 4. Das heißt, wir können also es nicht anhand der Murlocs ausrichten, also sagen, wie weit wir mit dem Fortschritt sind, sondern wir brauchen einen Integer, der das zählt. Und da zeige ich euch, wie das funktioniert. Und zwar nennt sich das Ganze Murloc Int. Das ist ein Auslöser, der nennt sich folgendes. Es ist ein Event, ganz wichtig, eine Einheit stirbt. Nicht mehr, nicht weniger. Da wird nicht definiert, was stirbt. Das definieren wir mit der Bedingung, mit den Conditions im weitesten Sinne. Also hier schreiben wir ein, eine Einheit muss sterben. Das muss der Auslöser wissen. Dann wiederum haben wir die Bedingung, die sterbende Einheit ist gleich. Und jetzt kommt es los. Ich habe einen Schleifen oder Auslöser gemacht. Also das heißt, ich habe alle Murlocs, die für diese Quest notwendig sind, mit in diesen Auslöser integriert. Sprich, in dem Sinne habe ich hier gemacht, es gibt, wenn du hier auf den Auslöser, gehst, warte, ich mache mal den Neuen, den lasse ich mal. New Conditions, dann geht er hier weiter runter und dann gibt es ein Or. Und dann gibt es Condition 1 und Condition 2. Jetzt wundert euch, ja, aber wie hast du denn da 4 reingekriegt? Indem ihr das Gleiche tut. Ihr klickt auf Condition 2 und klickt auch hier wieder auf Or. Und das macht er dann nochmal. Und dann könnt ihr natürlich einstellen, im weitesten Sinne denn, ihr wollt eine Unit-Kompassion. Also sprich, ihr wollt ja ab, ihr wollt ja wissen, welche Einheit stirbt denn. Dann machen wir hier Dying Unit. Das ist ganz wichtig, nicht Triggering Unit, sondern wortwörtlich die Einheit, die sterben soll. Dying Unit ist gleich. Equal to heißt immer, ist gleich. Das andere, not equal to, ist halt, ist nicht gleich. Ja, da muss man aufpassen mit, da muss man sich bewusst sein, was man da einstellt. Und dann könnt ihr eine Einheit auswählen. Auch hier kann man natürlich wieder mit Variablen arbeiten. Einheiten angenommen, ihr habt eine Quest, die erst im Nachhinein sich erstellt auf der Welt. Ja, wenn ihr drei Quests erledigt habt, entsteht eine Spawn-Gruppe von, keine Ahnung, Waldtreuen hier im Wald. Und die erstellen sich dann aber erst, weil ihr wollt sie ja, ne, wegen Open World und so, könnte man ja da schon hinlaufen und die klatschen und schon bringt da alle Auslöser durcheinander. Sprich, ihr müsstet dann die Einheiten wieder als Variable speichern, dann könntet ihr sie auch auswählen. In dem Sinne aber, weil sie ja schon hier vorhanden sind auf der Karte, können wir sie auswählen als Einheit. Sprich, die Dying Unit soll dieser Merlock sein, soll dieser Merlock sein oder es kann dieser sein. Das heißt also, der Auslöser reagiert folgendes. Eine Einheit muss sterben, ja, und die Bedingung ist, dass einer von diesen vier Merlocks hier, deswegen oder, einer von diesen vier Merlocks muss sterben. Dann passiert folgendes. Hier setze ich eine Variable, set Variable, Merlock Count habe ich sie genannt. Merlock Count ist ein Integer, der eine Zahl speichert. Mit Merlock Count weiß ich, es geht um diese Merlock Quest. Und dann kommt gleich Merlock Count plus 1. Sprich, der Merlock Count soll einen Integerwert von plus 1 bekommen. Wenn ihr einen Integer erstellt, ist der immer, außer ihr stellt da was Falsches ein, denn kann das schon, äh, dann kann das sein. Ein Integer, ich zeige euch das mal, angenommen wir machen jetzt 9, hier Integer. Guckt mal, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel auch schon eine Zahl eingeben, angenommen es ist 2. Wollt ihr aber nicht. In dem Sinne wollen wir ja zählen, wie viel hast du geschafft und das können wir ja nur erreichen, wenn der auf 0 ist. Äh, wo bin ich? Den kann ich dann wieder löschen. Okay. Sprich also, immer wenn ein Merlock stirbt, wird dieser Integer auf plus 1 gesetzt. Dann kommt ein Auslöser, den ich auslöse. Und zwar immer wenn ein Merlock stirbt und der so gesehen der Merlock Integer auf plus 1 gesetzt wird, wird ein weiterer Auslöser ausgelöst. Das tue ich in dem Falle hier mit, mit dem Trigger, Run, Merlock, Quest, Anzeige, Ignore Conditions. Das könnt ihr ignorieren, ich hätte wahrscheinlich auch Checking Conditions machen können, aber dieser Auslöser, der jetzt hier ausgelöst wird, der ist nämlich hier, äh, ups, falsch, hier oben, der hat keine Events und auch keine Conditions. Das heißt, der wird einfach nur ausgelöst und das ist ein Schleifenauslöser. Sprich, wir wollen ja anzeigen, wie weit bist du? Und dieser Auslöser löst ja nur aus, wenn du etwas tötest. Sprich, wir wollen dann sehen, was haben wir geschafft. Und das läuft folgendes. Wir brauchen einen If-Then-Else-Auslöser. Das heißt, hier haben wir einen Auslöser, ich zeige euch das nochmal, ich mache das hier mal klein. So sieht er aus. Den findet ihr unter Aktion und hier If-Then-Else und bitte auf Multiply Functions machen. Wenn ihr diesen aussucht, dann habt ihr nur eine Möglichkeit pro Kategorie. Also das heißt, ihr könnt einen Auslöser für If machen, einen Auslöser für Then, einen Auslöser für Else. Wollt ihr nicht. Also in dem Falle brauchen wir mehrere. Deswegen If-Then-Else-Multiply Functions. Wenn ihr das macht, dann kommt nicht durcheinander kommen, dann kommt so gesehen das hier. Dann habt ihr auch wieder Conditions Then Else. Hier wollen wir jetzt natürlich auch abfragen. Wir müssen ja klären. If-Then-Else. Wir wollen klären, wie weit ist der Countdown? Und hier kommt dann wieder eine Abfrage. Ich kann es euch mal zeigen. Das ist keine Bohlenkompassion, sondern in dem Sinne wirklich eine Integerkompassion. Das heißt, wir fragen einen Integer nach seinem Wert ab. Wenn wir da raufklicken, können wir wieder den Integer als Variable, da wir ihn ja als Variable gespeichert haben. Jeden Integer, den du erstellst, ist ja schon gespeichert. Dann wählt man sich den Murder-Count aus und sagt, er ist gleich. Auch hier haben wir wieder viele, viele Ausmöglichkeiten. Aber hier wollen wir wirklich fest gesetzte Werte haben. Deswegen ist gleich. Equal to heißt ist gleich. Das heißt, wie in dem Falle ich hier erstellt habe, der Murder-Counter ist gleich 1. Wenn das zutrifft, dann wird das ausgelöst. Cinematic Clear Screen of the Text-Messager. Das ist so gesehen, das habe ich erstellt. Wie soll ich es euch erklären? Wenn beispielsweise noch andere Messages, Alter, wenn noch weitere Nachrichten auf dem Bildschirm erscheinen, wie zum Beispiel Tipp, euer Held kann sich heilen, beispielsweise jetzt. Das kommt auf den Bildschirm. Dann ist das natürlich doof, wenn jetzt gleich die nächste Nachricht kommt, weil in der Regel schiebt sich das immer weiter nach oben. Das ist wie bei WhatsApp, wenn viele Leute schreiben. Das geht immer weiter nach oben. Das möchte ich nicht. Das sieht unschön aus. Deswegen habe ich hier gesagt, alles was im Bildschirm an Textnachrichten gerade ist, wird komplett gelöscht. Ist nichts mehr da. Wird geleert, so gesehen. Und dann möchte ich, dass eine Quest-Description passiert, also sprich in der Quest selbst. Wir reden hier nur von der Quest-Anforderung. Das wird geändert, weil wir haben ja eingestellt, wenn das 1 ist, soll ja auch stehen, dass wir 1 von 4 getötet haben. Das soll in der Quest so einsehbar sein. Das erstellen wir in dem Sinne mit den Change the Descript of Murloc Jäger. Das heißt, die Anforderung von der Quest Murloc Jäger wird nochmal umgeschrieben. In dem Sinne 1 von 4, weil Murloc Count 1. Dann möchte ich auch noch eine Nachricht für den Spieler haben, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass ich den Screen gecleared habe. Dass man es auch nochmal visuell sieht. In dem Falle 1 von 4 Murloc Jäger getötet in Klammern. Ihr könnt dann mit Farben arbeiten. Das kann ich euch mal zeigen. Getötet beispielsweise könnte man auch noch in Rot machen. Dann könnt ihr euch hier eine Farbe aussuchen. Könnt ihr anklicken. Okay, Apply. Und schon habt ihr so gesehen getötet, was ihr ausgewählt habt als Farbe. Je nachdem, was ihr markiert. Und dann auf Apply. Dann könnt ihr das auch noch in einer anderen Farbe machen. Ich finde, Quests haben immer so was Gelbes. Deswegen habe ich das meistens immer noch hervorgehoben, dass man weiß, was man da tötet. So, das ist so gesehen die ganze Abfrage. Aber dieser Schleifenauslöser geht natürlich auch noch viel, viel, viel weiter. Weil wir müssen ja vier töten und nicht nur einen. Das heißt also, wenn das nicht zustimmt, dann springt er eh sofort auf Else. Und Else ist wieder ein neuer If-Then-Else-Auslöser mit der Multifunktion. Und wenn wir hier wiederum raufklicken, kommen wir wieder auf das gleiche Gerüst, wie wir es schon hier oben gehabt haben. Ups, wir haben ja schon zu viel verraten. Und hier frage ich wieder genau das gleiche aus. Das ist eine Schleife. Also wieder, Murdoch-Account ist gleich zwei. Wenn das so ist, wird wieder der Text vom Bildschirm gecleart. In der Murdoch-Quest-Anforderung wird das aktualisiert auf zwei von vier, weil wir haben ja Murdoch-Account auf zwei. Und es wird wieder angezeigt auf dem Bildschirm, Mensch, du hast zwei von vier getötet. Und so geht es halt weiter. Murdoch-Account to three. Das heißt, wir haben drei getötet. Sprich, auch hier wird wieder visuell angezeigt, drei von vier. Natürlich kommen wir dann zu guten letzten Auslöser. In dem Falle ist da auch ein bisschen mehr zu tun. Denn hier kommt folgendes jetzt im Spiel. Also, wenn wir vier Murdochs getötet haben, sind wir bekanntlicherweise mit der Quest fertig. Das heißt, auch hier wird wieder der Text-Screen vom Spieler gecleart. Auch hier wird die Murdoch-Quest jetzt als komplett angezeigt. Auch hier wird wieder die Description von der Quest geändert. Vier von vier Murdoch-Jägern. Und ganz wichtig, auch hier wird wieder natürlich angezeigt, wie oben schon, ihr habt vier von vier getötet. Und aber jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr das nicht macht, weiß der Spieler gar nicht, was er anfangen soll. Ich habe hier nochmal die Beschreibung von der Quest komplett geändert und einfach hingeschrieben, holt euch die Belohnung beim Hauptmann im Süden ab. Beispielsweise, der Spieler speichert ab und lädt die Karte neu, hat einen Tag drüber geschlafen, hat vergessen, was er eigentlich machen sollte, guckt die Quest, wurde nichts geändert. Da steht immer noch, ja, Quest ist fertig, vier von vier. Das ist natürlich doof. Man könnte sogar noch ein bisschen weiter gehen und die Einheiten, die eine Quest haben, so gesehen hervorheben. Auf dem Bildschirm, dass die sichtbar sind, etc. Das könnte man auch machen. Aber hier habe ich nochmal reingeschrieben, holt euch die Belohnung beim Hauptmann im Süden ab. Und da wir auf dieser Karte ja nur eine südliche Position haben, wo wir eine Quest angenommen haben, fällt das hier noch ein bisschen einfacher. Deswegen reicht das so. Da weiß dann derjenige, ah, okay, das kann ja nur der sein. Auch hier erstellen wir natürlich wieder einen Spezialeffekt. Auch wieder das Ausrufezeichen, damit wir sehen, ah, hey, krass, mit dem können wir wieder reden. Da haben wir doch was fertig. Auch wieder hier ist es der Hauptmann. Die gleiche, der gleiche Spezialeffekt. Talk to me wieder. Auch das setzen wir wieder als Variable fest, als Spezialeffekt. Und jetzt kommt der Clou, warum ich hier Turn Off, äh, ups, Turn, ja, hier ist falsch. Den Int wollte ich nämlich auf Turn Off machen. Äh, siehste, kleinen Fehler entdeckt. Also ganz wichtig auch nochmal für euch. Also, wir setzen jetzt einen, die Murloc-Abgabe auf an. Ihr seht, beispielsweise hier, die Murloc-Abgabe ist so ein bisschen untergraut. So gräulich. Das heißt, diese Quest ist von Anfang an nicht aktiv. Die muss erst aktiv gemacht werden. Ansonsten trifft die nicht zu. Weil hier ist natürlich die Hauptabgabe. Und wie lösen wir diese Hauptabgabe-Quest natürlich an? Indem wir wieder natürlich mit unseren Arthas in seine Nähe laufen. Ja, siehste, da fehlt noch der Auslöser mit Arthas. Das müssen wir noch hinzufügen. Ja, Entering Unit, äh, muss Arthas sein. In dem Sinne kopiere ich mir das einfach mal. Weil Baum, und zwar, da, Strong C, Abgabe, wups. So. So sagen wir auch wieder, dass Arthas wieder die Einheit sein muss. Weil sonst könnte XY Vogel, Bär, Eichhörnchen, Krokodil, was auch immer, die Quest abgeben. Wollen wir nicht. So, das heißt also, wenn wir die Quest fertig haben, wird eingestellt, dass die Murloc, ähm, Abgabe eingeschaltet wird. Sprich, wir dürfen sie abgeben, offiziell, nur mit diesen Auslöser. Und ganz wichtig, wir machen einen Trigger aus, und zwar den Murloc Int. Murloc Int war einfach nur der Zähler, immer wenn eine Einheit stirbt, wird blub, blub, blub. Das kann aus, das muss nicht mehr weiterlaufen. Deswegen, immer ausstellen, Auslöser, die ihr nicht mehr braucht, bitte immer ausstellen. Weil auf Dauer für große RPG-Karten, auch das belastet wieder den Map Editor, beziehungsweise die Karte. Und dann kriegt ihr irgendwann Lacks, wollt ihr nicht haben. Alle Quest, die ihr nicht braucht, aus. Ganz wichtig. So, also, dann sind wir jetzt, so gesehen, bei der Abgabe. So haben wir alles geklärt, wir sind mit der Quest fertig. Und auch hier haben wir dann wieder den Auslöser. Ganz wichtig, er muss ausgestellt sein. Enable Trigger, ganz wichtig. Wenn ihr das macht, ist der Trigger nie aktiv. Nie. Ups, Entschuldigung, falsch. Ihr müsst auf Initiality On klicken. Entschuldigung, mein Fehler. Wenn ihr das macht, dann ist der Trigger wirklich komplett aus. Er wird gar nicht geladen erst. Das wollen wir natürlich nicht, in dem Sinne. So, die Questabgabe ist natürlich klar. Auch hier kommen wir wieder in der Nähe des Hauptmannes. Hier nochmal als Condition ganz wichtig. Die Murder Quest ist completed. Es ist wahr. Das haben wir eingestellt, indem wir nämlich bei Quest Anzeige, hier, Quest Mark, Merlock Quest as completed. Hätten wir diesen Auslöser nicht geschrieben, würde die Bedingung hier, Merlock Quest, Aquell to War, nicht funktionieren. Muss man theoretisch auch nicht. Theoretisch muss man diese Abfrage auch nicht machen. Aber es ist eine doppelte Sicherheit, weil vielleicht könnte man da auch ein bisschen tricky rumgehen von da aus. Also die Bedingung ist natürlich, dass wir diese Quest, dass wir diese Belohnung nur kriegen, wenn erstens mal die Quest fertig ist. Und die Einheit, die in der Nähe ist, muss Arthas sein. Dann wiederum stellen wir diesen Auslöser aus, weil wir wollen keine doppelte Belohnung haben. Dann zerstören wir den Spezialeffekt über seinen Kopf. Und dann kriegen wir eine Nachricht. Quest completed. Quest abgeschlossen. Ganz wichtig. Das steht ja nochmal auf dem Bildschirm für den Spieler. Und wir zerstören die Quest. Wenn ihr diese Quests nicht zerstört, bleiben sie immer oben links bei euch im Fenster zu sehen. Das wollen wir natürlich nicht. Die sollen ja auch weg sein. Wir sollen ja dann auch wiederum neue bekommen. So. Und als Belohnung dachte ich mir, erstellen wir ein Item. Das ist ein Auslöser unter der Kategorie wortwörtlich, ähm, wo finden wir es? Item. Da können wir nämlich erstellen, dass wir ein Item erstellen. In dem Sinne habe ich mich entschieden für ein Foyant des Wissens. Add Center of Belohnung. Da kommen dann, ähm, zum allerersten Mal Gebiete ins Spiel. Gebiete könnt ihr hier über, über Region-Palette nennt sich das alles. Da, wie ihr seht, habe ich schon zwei Stück. Und natürlich die Belohnungsregion ist in dem Falle hier. Die könnt ihr auch noch, wenn ihr ganz lustig seid, natürlich auch noch farblich markieren. Angenommen, nee, Belohnungen sollen immer rot sein. Zack, zack. Dann sind sie auch immer rot. Dann habt ihr visuell schon mal eine Vorstellung, welche Region ist was. Vor allem auch ganz wichtig, wenn ihr irgendwann wirklich verdammt viele Regionen habt. Das kann natürlich sehr oft sein. Je nachdem, wie groß die Karte ist und wie viel ihr da haben wollt, können natürlich verdammt viele Regionen im Umfeld sein. Und dann habt ihr einen besseren Überblick, wenn ihr auch mit den Farben arbeitet. Ja. Und das war's im Grunde auch. Ähm, theoretisch gibt's hier noch verdammt viel zu erzielen. Vor allem, was sind Folgequests, wie erstellt man Folgequests, wann werden Folgequests ausgelöst. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal grob. Das ist wirklich für euch erstmal grob eine Information. Wie sieht das denn überhaupt alles aus? Wie muss man das erstellen? Ich hoffe, ich konnte euch in dem Sinne wirklich weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es in den Kommentaren. Ich versuche da alle Fragen zu beantworten, die ich beantworten kann. Schreibt da ruhig fleißig rein, wenn ihr Fragen haben solltet. Ich helfe euch da gerne. Egal, wann das Video draußen ist und wann ihr da reinschreibt. Ich werde euch helfen. Okay. Ich zeige euch jetzt natürlich noch im Video, wie das alles richtig aussieht im Spiel. Ich werde euch das nochmal verbildlichen, damit ihr da wirklich nochmal, ähm, ja, es sehen könnt. Und, ähm, Vorwort noch kurz vor Schluss. Ich weiß, es sieht komisch aus. Man läuft einfach nur auf diese Einheit zu und ihr habt die Quest angenommen. Mir ist es bewusst, dass ihr euch wahrscheinlich fragt, ja, aber irgendwie fehlt da ja eine gewisse Interaktion. Und wisst ihr, was das schön ist? Das wird das nächste Video sein. Es geht nämlich um Cinematics. Wie erstellt man eine Situation, dass man einen Dialog hat zwischen zwei Einheiten, dass da ein bisschen Tiefgang herrscht. Also, nicht nur, dass wir einfach zu den Hauptmannen laufen und eine Quest bekommen, nein, sondern, dass wir eine Kameraszene haben, die wir unterbrechen können beispielsweise. Das wäre aber noch ein separates Video, ähm, dass man dann sieht, wie Arthas zu dem Hauptmann läuft. Der Hauptmann quatscht mit uns, sagt, ey, Mensch, Arthas, ich hab da ein Problem, könntest du mir helfen? Arthas läuft auf ihn zu, Kamerawinkel ändern, blablub. Und dann kommt halt so dieses Gespräch zustande. Das erkläre ich euch im nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, vielleicht sogar schon nächste Woche, im spätestensten Fall übernächste Woche. Lasst euch überraschen, ich versuche jede Woche ein Video zu Warcraft 3, dem Web Editor, zu machen. In dem Sinne, haut du da rein, rinsen mit dem Grinsen und viel Spaß mit dem Endvideo. Tschö, bienu. Das Licht ist meine Stärke. Für die Ehre. Natürlich. Ein solider Plan. Besteht Gefahr? Elender Kerl. Gewiss. Für die Ehre. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Spürt meinen Zorn. Ihr habt das Licht verraten. Ein solider Plan. Natürlich. Jetzt wird gerichtet. Ein solider Plan. Für meinen Vater, den König. Für die Ehre. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Für die Ehre. Gewiss. Natürlich. Natürlich. Ein solider Plan. Für die Ehre. Für die Ehre. Natürlich.